Hallo liebe Leute und willkommen bei meimproved. Seid nicht allzu geschockt, dass es hier doch noch ein Video gibt. Mir gefällt nicht, dass es hier zu lange Pause gibt auf dem meimproved Projekt, also zumindest in der Öffentlichkeit und deswegen habe ich beschlossen einfach eine Reihe von Videos einfach zu machen. Die Hintergrundforschung und die Hintergrundüberlegung, die mache ich ja eben. Also habe ich mir gedacht, naja, dann mache ich halt schnell kurz eine Mindmap für das Video und rede kurz darüber. Es ist relativ unsystematisch, noch unsystematischer, als es sonst ja so bei mir ist, manchmal hier in den Videos. Und das ist ein gutes Verhältnis von Aufwand und Produktivität von Nützlichem, sage ich einfach mal. Und entsprechend mache ich das jetzt einfach. Also, im Titel habt ihr schon gelesen, Tessalon muss man sich verdienen oder Tessalon muss verdient werden. Ich weiß nicht, welchen Titel ich verwende. Was meine ich damit? Es gibt gewöhnlich, also die gängige Verbreitung oder beziehungsweise der gängige Gedankengang ist, dass man eben biochemische Gegebenheiten hat, also wie die Zinkversorgung und das Vitamin D oder die unmittelbare Umwelt, die eben zu hormonellen Dingen führt, wie dass man im Großraumbüro arbeitet und dann relativ viel künstliches Licht hat und so weiter. Und das führt dann eben dazu, dass der Testosteronspiegel eben so und so hoch ist und entsprechend fühlt man sich und verhält man sich. Aber es gibt eben auch die umgekehrte Richtung. Wenn man zum Beispiel, das kann man bei Fußballfans nachweisen, dass die eben, wenn die eigene Mannschaft gewinnt und sich entsprechend verhalten, dass der Testosteronspiegel steigt, das kann man nachweisen dafür, dass der Status in dem Sinne zuerst kommt, also wenn man eben in Hierarchien sich verändert oder sein Status in der Hierarchie sich verändert und dann erst das Testosteron nachfolgt. Es gibt eine Ranzerei von Nachweisen dafür, dass erst die Handlung, erst die Veränderung kommt und dann das Testosteron. Das Testosteron ist in dem Sinne eine Reaktion eher auf geänderte Umstände oder auf unsere Handlung und Entscheidung und weniger als die treibende Kraft. Es gibt natürlich eine Rückkopplung. Das heißt, je mehr Testosteron man hat, desto kerniger fühlt man sich natürlich und je kerniger man sich fühlt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben in Positionen kommt, die eben dann wiederum Testosteron günstig sind. Aber das ist der erste Zwischenstand. Ihr könnt einfach mal überlegen, also als Mann, kann man aber auch als Frau machen, an wie vielen Stellen eures Lebens müsst ihr euch wirklich als Mann verhalten, also männliche, ganz klassisch männliche Verhaltensweisen eben zeigen, also euch durchsetzen, Dinge reparieren, etwas jagen, etwas erlegen, etwas euch im Wettkampf durchsetzen, euch messen, die Muskeln spielen lassen. Das kann jetzt auch einfach bei Klimmzügen sein oder Kreuzheben oder so, also solche Sachen. Also ist das quasi ein normaler Bestandteil eures Lebens, dass ihr männliche oder man kann auch einfach kernig sagen, Dinge tun. Und die meisten werden feststellen, das fühlen die meisten Männer ja auch so oder so, dass wir eben in einem Leben leben, in dem Männlichkeit in dem Sinne nicht gebraucht wird. Das ist quasi die Komponente, dass man sich Testosteron verdienen kann. Da kann man noch so viel Zink und Vitamin D irgendwie fressen. Wenn die Komponente nicht stimmt, dann kann man auch nicht auf einen hohen Testosteronspiegel dann eben hoffen. Umgekehrt als Frau gilt das übrigens genauso. Also wenn man, also man muss sich das Testosteron im Mann verdienen. Das bedeutet, wenn man eben als Frau nicht auf eine Art und Weise sich verhält, die ein Mann mit viel Testosteron und Verhaltensweisen, die eben, ich sag mal, klassisch attraktiv sind, dann hat der Mann auch keinen Bock auf dich oder keinen Bock auf die Frau entsprechend. Und dann hat man eben nicht, dann kann man eben diese entsprechenden Männer nicht anziehen. Und für gewöhnlich, es gibt natürlich immer so ein paar Ausnahmen, aber für gewöhnlich ist es dann eben so, männliche Männer stehen auf weibliche Frauen. Und entsprechend muss man dann eben wissen, was miteinander vereinbar ist. Umgekehrt kann man diese Überlegung aber auch als Frau machen. An welchen Stellen des Lebens verhält man sich eigentlich dem eigenen Empfinden nach eher wie ein Mann? Also macht männliche Dinge? Und hier geht es nicht so um diesen ganzen ideologischen Überbau. Also dass irgendwie XY ja gar nicht männlich oder weiblich ist und das auch, keine Ahnung. Ich habe neulich mal eine echt pfiffige Überlegung von einer Bodybuilderin gehört, also in unserem Interview. Das war halt eine, die, also die, bei der das künstliche Testosteron schon aus dem Ohr rausquoll. Und sie sagte, also sie wurde gefragt, ob sie sich noch weiblich fühlt. Und sie hat dann geantwortet, ungefähr so mit der Stimme. Natürlich, weil die Muskeln, die sie hat, sind natürlich weibliche Muskeln. Sie ist ja eine Frau und deswegen hat sie weibliche Muskeln. Und deswegen fühlt sie sich natürlich sehr weiblich mit den vielen Muskeln. Finde ich pfiffig, aber man kann sich nicht so hinbiegen. Und das Problem ist, man kann sich selber dabei auch nicht belügen, weil wenn man sich selbst belügt, fühlt man sich scheiße. Also man kann es natürlich machen, aber man versaut sich das Leben einfach, wenn man sich selbst belügt. Und das ist auch eine Beobachtung, finde ich, von Menschen, die ein ungesundes Verhältnis zum Geschlecht haben. Und ungesund meine ich hier auch nicht werten. Also man kann eben sagen, naja, das ist mir nicht so wichtig oder mir sind andere Dinge wichtiger. Aber die Menschen, die eben sich nicht in ihre Geschlechterrolle, in ihrer Geschlechterrolle einfinden, im Spektrum der Geschlechterrollen, also die, die man dann eben hat, die sind wirklich, wie soll man sagen, sehr unglücklich. Was auch irgendwie klar ist, also die Geschlechterrolle ist halt eine der ältesten Kategorien, die es quasi seit der Evolution gibt. Und wenn das nicht passt, dann ist halt was ganz fundamental falsch. Das ist ein bisschen so wie bei den Mitochondrien. Also die Mitochondriengesundheit ist halt so zentral, weil eben das Leben als Zelle mit einem Mitochondrium innen drin eben so alt ist und so grundlegend ist. Also dass das quasi einfach mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach so fundamental ist, dass das einfach, wie soll man sagen, dass da einfach ganz viele Dinge eben davon abhängen. Einige Leute haben es leichter als andere. Also zum Beispiel ist natürlich auch, sagen wir mal, eine körperliche Präsenz. Hilft natürlich auch dabei beim Status. Und wenn man eben als Mann, sagen wir mal, 1,60 Meter groß ist, dann hat man einfach einen Stein im Weg. Das steht außer Frage. Also uns allen sind natürlich unterschiedliche Dinge gegeben. Oder sagen wir mal, als Frau hat man einfach männliche Hobbys. Also interessiert sich einfach dafür. Also das Gehirn ist dann einfach entweder so verschaltet oder man hat frühkündige Erfahrungen oder so gemacht und hat es einfach schwer. Dann eben, eben, wie soll man sagen, Zugang zur Weiblichkeit zu finden und muss dann vielleicht seine eigene Lösung finden. Aber das Leben interessiert sich halt nicht für einen. Also interessiert sich halt nicht für uns. Das Leben ist nicht toll. Das Leben ist einfach nur da. Und dann macht man eben, was man macht. Die spirituelle Seite, ich sag mal, in Jordan Petersens begriffen ist, kann man sich einfach herleiten. Männlichkeit ist die Lösung für Chaos. Also für unerwünschte Formen von Chaos. Das bedeutet, also man kann sich einfach fragen, wann ist denn kerniges Verhalten dann eben gebracht. Zum Beispiel im Krieg. Zum Beispiel auf der Baustelle. Zum Beispiel im Handwerk. Zum Beispiel bei, ich sag mal, männlichen Sportarten. Kampfsport und so weiter. Und entsprechend ist dann eben, ja, also ist die Lösung eigentlich relativ leicht. Also man gehe ins Chaos und ordne es. Und das ist in dem Sinne die Weise, wie man sich eben Testosteron verdient. Und das ist das Problem heutzutage. Unsere Kultur saugt uns unsere Männlichkeit gewissermaßen aus, weil es immer mehr und mehr bestraft wird, kernig zu sein oder gar nicht erst gefordert ist. Es ist überflüssig. Und das Problem ist, oder es gibt ein Phänomen, es gibt ein Phänomen, oder anders, das werde ich nicht sagen. Also das ist dann zu, das führt hier weg vom Thema. Aber ich bin hier bei knappe neun Minuten. Ich habe ja gesagt, fünf bis zehn Minuten will ich euch ein paar Denkanstöße eben geben. Die Überlegung habe ich gemacht. Die Lösung ist klar. Wenn ihr männlicher sein wollt, wenn ihr euch quasi besser fühlen wollt, also kerniger als Mann. Ich meine, ein hoher Testosteronspiegel fühlt sich auch geil an. Also, ja, also man, ja, also, wie soll man sagen? Also wenn man es da eben verkraftet, sag ich einfach mal, und es physiologisch ist, also man sich nicht irgendwie die Spritze in den Arsch setzt, dann fühlt es sich einfach geil an. Und, ja, geht raus, macht was heile, repariert etwas, schafft etwas, baut etwas, hebt schwere Gewichte, macht persönliche Rekorde. Das ist in dem Sinne, wie soll man sagen, der Weg zur Männlichkeit. Genau, und als Frauen müsst ihr natürlich dann entsprechend euch im Gegenstück verhalten. Also, wenn euch das wichtig ist, also wenn euch wichtig ist, dass euer Partner oder potenzieller Partner eben männlich ist, müsst ihr eben weiblich sein. Wenn ihr Probleme, sag ich einfach mal, Schwierigkeiten habt, irgendwie Zugang zu eurer Weiblichkeit zu finden, könnt ihr eben dann eben überlegen, okay, wo gebt ihr euch selber dann überhaupt die Gelegenheit, dann eben weiblich zu sein, wie immer ihr das auch fühlt. Deswegen sag ich, man kann sich selbst da nicht belügen. Also, man kann, also das eigene Gefühl, das ist in dem Sinne da nicht betrügbar und das gesunde Verhältnis zur eigenen Geschlechterrolle, das äußert sich auch in psychischer Gesundheit, in dem Sinne, dass man ruhiger ist, weniger reaktiv ist, weniger neurotisch ist. Das ist, wie soll man sagen, nicht korrumpierbar. Das ist nicht von den eigenen Vorstellungen beeinflussbar und entweder entscheidet man sich dafür, das zu akzeptieren und sagt, naja gut, es gibt Dinge, dagegen kann ich mich nicht wehren. Das ist ein bisschen so, ich kann mich ja auch nicht dagegen wehren, dass ich so eine Mitochondrien brauche. Ich kann mich darüber beschweren, ich kann sagen, dass es unfair ist, dass ich doch bitte irgendwie 5 Kilo Pizza pro Tag essen will und dass das viel fairer wäre, weil so und so. Aber ist halt dumm gelaufen. Ich kann halt nicht 5 Kilo Pizza essen und gesunde Mitochondrien haben und genauso kann ich kein ungesundes Verhältnis zu meiner Geschlechterrolle haben und dann erwarten, dass ich mich gut fühle. Gut. Ich wünsche euch alles Gute. Ich übrigens auch hier in die Kamera zu gucken, deswegen tue ich die Kamera überall anders hin. Das ist so ein bisschen so ein Trick, kann ich hier nochmal am Rande erwähnen, auch wenn es eine Minute länger jetzt dauert. Es ist einfach ein Generalisierungstrick. Ich versuche immer in die Kamera zu gucken und stelle sie einfach mal woanders hin. Das ist von der Perspektive natürlich nicht so gut, aber dadurch versuche ich zu generalisieren, in die Kamera zu gucken, anstatt immer hier auf dem Bildschirm. Das ist immer so, das seht ihr ja manchmal, dass die Leute halt immer so ein bisschen daneben schieren beim Aufnehmen oder kennt ihr auch selber. Dann guckt man halt sich selber die ganze Zeit an und beobachtet sich irgendwie. Und dann wird das eben awkward und dann wurde ich halt genervt. Also ich habe ja ein paar Zettelkasten-Videos gemacht und entsprechend habe ich es eingesehen und ändere das jetzt. Das ist quasi eine Möglichkeit, wie ihr euch übrigens Sachen, also Fertigkeiten angewöhnen könnt. Übt eine Fertigkeit in Isolation, also mit möglichst einem konstanten Umfeld und geht dann und variiert das. Ist übrigens eine Sache, wie man Meditation ganz gut üben kann. Man baut die auf in Isolation und dann fängt man an, mit ein bisschen Störung zu meditieren und versucht man quasi den Zustand irgendwie in der Bahn wachzurufen und so weiter und generalisiert die Fähigkeit, achtsam zu sein und schon ist man super achtsam. Klappt super gut. Ich wünsche euch alles Gute. Dienstag, naja, sagen wir mal, noch einen schönen Wochenstart, auch wenn es ein bisschen verspätet ist und Tschüssi Kowski. Dienstag, networks, intensiv ab Stefan, schilycy, kr volcanic, kr volcanic, kr Untertitelung des ZDF, 2020